happy birthday to you herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble ich spiele heute mit Free Fire Max und ich werde BR Ranked spielen und danach CS also viel Spaß erst noch muss ich schauen welchen Charakter ich nehme weil ich glaube da ist nicht mehr mein schlechtes da viel Spaß ok die erste Runde Battle Royale geht los also erst jetzt Flugzeug ich habe mir jetzt gerade selber das Outfit ausgesucht nicht mit Lotterie wie ich das war mit dem Zufallsgenerator ich werde das jetzt wieder so spielen ich das spiele ich lande irgendwo und U-Boot nein nicht U-Boot irgendwie da wie ein Dörfer und dann werde ich mal die Sachen einnehmen wo der Computer mich hinschickt und die Waffen werde ich nicht wechseln dann probiere ich mit jeder Waffe die ich bekomme ein Kill zu machen und dann wird schon das erste angezeigt da oben weil er hat nicht gerade noch was anderes eingesammelt geht er da drinnen oh ich kann durchs Fenster rein jetzt wieder raus ok ich habe noch keine Waffe außer meiner Faust und wieder zurück ah ich muss nach oben es könnte sein dass ich auf etwas einrühren muss was auf dem Weg dahin liegt ja und was die Leichen verlieren und das darf ich natürlich auch einsammeln aber Waffen nicht wechseln und ich habe jetzt zu nicht so schön Waffen würde ich sagen so wenn ich Pilze darf ich natürlich auch so essen die werden nicht angezeigt vom Computer her ok es wird nur noch eine Nahkampfwaffe durchssonst auf der Träger auf der Träger Okay, das habe ich schon mit Zwei Waffen einkillen Gut Ich wollte noch einen Pilz nehmen Wo ist denn hier ein Pilz Pilz, hallo Ich finde hier kein Pilz Warte Okay, der kommt her Kai Dann machen wir doch das so hier Scheiße Der rinnt nicht so schnell weg Komm mal raus Vielleicht kommt hier gleich noch einer Okay Okay Hochlaufen Ich kann sie so nichts mehr einsammeln Oder fast nichts mehr Ich muss noch mit der Keule einen umbringen Und dann habe ich von jedem Einkillen Da ist ein Pilz Ich muss noch mit der Keule Einfach Unstoppabel Die Rampage! Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! Nice! Oh, ich muss das da unten... Nein, sorry! Keiner hat gekriegt! Okay, das... Am Ende hier ist noch ein Spielerampf unterwegs. Nix! Da oben ist der Spieler... Die Rampage! Der Droh! Passieren! Dann zann is Ich sag's mir selber jeden oft. mit anderen waffen gespielt hätte ich wahrscheinlich gewonnen aber habe ich nicht daher verloren verloren ich war zweiter immerhin so weiter geht's zum cs ok es geht los mit cs es 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 Okay. nicht ganz so gelaufen ich mir das aufgabe aber das ist immer die erste runde da ist alles möglich beim zweiten auch noch ich brauche erst mal die rüstung 500 da kann ich mir die beiden ok werf auch ein maschinengewehr ups ok jetzt wird es spannend jetzt geht es los aber ich glaube es sieht für mich schlecht aus ich glaube meine mitspieler sind nicht so gut naja ich auch nicht aber ich sage mal ich spiel mit dem mäßigen es gibt es leute spielen schlechter als ich aber auch natürlich leute besser spieler sich ja 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 Ok. Dann mal kurz aufladen hier. Danke. Hier geht's. So fast. Jetzt haben sie verschissen, die Gegner. Was ist hier noch? Oh, zwei. Haben wir kurz Wrapper hier? Erst 커플로 Klingeln Klingeln Das war mein nächster Kopf auch gewesen, die Max 7. Max 7, obwohl bei der Hunde wäre scheiße gewesen. Egal. Egal. Schauen wir mal, was noch Schönes hier gibt. So. 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 ok ich glaube nicht dass der letzte es noch schafft aber vielleicht schafft er doch ich ich denke es war nicht aber da schießt er links und trifft ihn gut gespielt und ihr nicht okay gut da würde ich mal sagen das war's für heute ich sage ich danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wir doch mal dass ihr dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen ciao Bis zum nächsten Mal.